Heute könnt ihr euch erst ab, was geht ab? Viele fragen uns, wie bekomme ich meine Ex-Freundin zurück? Als allererstes müsst ihr sehen, ihr könnt eure Ex-Freundin nicht zurückbekommen, solange ihr sie zurückbekommen wollt. Das klingt paradox, das ist aber so. Das liegt einfach daran, wenn ihr sie zurückbekommen wollt, dann hat sie wahrscheinlich Schluss gemacht. Frauen machen Schluss, wenn kein Funken Anziehung mehr in der Beziehung vorhanden ist. Frauen machen Schluss, wenn der Mann, der ihr mal wart, der Mann, den sie kennengelernt und lieben gelernt hat, wenn der vollkommen verschwunden ist. Im Laufe der Beziehung hast du wahrscheinlich ein bisschen an Stärke verloren, was an sich erstmal nicht schlimm ist. Frauen wollen eigentlich auch einen Mann, der mal Widerworte geben kann, der mal seine eigene Meinung durchsetzen kann, der, wenn sie schlechte Laune hat, mit seiner eigenen positiven Laune und seinem Humor sie wieder in eine gute Laune versetzen kann. Frauen wollen einen Mann, mit dem sie tollen und guten Sex haben können. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, wenn ihr sie in eine gute Laune versetzen könnt, obwohl sie es schlechter hat und mit ihr guten Sex habt, dann habt ihr das Grundgerüst für eine relativ glückliche Beziehung. Diese Energie, die ihr dafür braucht, könnt ihr aber nur haben, wenn es in eurem eigenen Leben gut funktioniert. Jetzt passiert es aber vielen Männern, dass sie während der Beziehung aus ihrem eigenen Leben so ein bisschen rausrutschen und sehr in diese Beziehung, in dieses Beziehungsleben reinrutschen. Das heißt, sie vernachlässigen Freunde, Hobbys, ihren Beruf, ihre Berufung und sind deswegen nicht mehr der, der sie eigentlich sonst waren. Das, was sie ausgemacht hat, ist nicht mehr vollkommen da. Deswegen verliert man dann auf Dauer die Anziehung und irgendwann sagt die Frau, okay, ich weiß nicht, das macht keinen Sinn mehr, du bist einfach nicht mehr der, in den ich mich verliebt habe. Und dann ist die Beziehung meistens zu Ende. Wie bekommst du sie jetzt also zurück? Du bekommst sie zurück, und das wollen die wenigsten hören, indem du dich wieder veränderst, indem du wieder dein eigenes Leben lebst. Das dauert lange. Schmink dir ab, deine Freundin zurückzubekommen nach zwei, drei Wochen. Komm erst mit mir auf dein Leben klar. Regle erst mal wieder dein eigenes Leben. Das ist super wichtig. Und währenddessen bitte keinen Kontakt zu ihr. Das ist für beide wesentlich einfacher. Das ist nur schlecht für sie und schlecht für euch, also für dich. Wenn ihr Kontakt habt, bau dann in dem Video auf. Kein Kontakt zu ihr. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, da könntest du deine Ex-Freundin wiederbekommen. Aber die meisten Männer, wenn sie an diesem Punkt sind, sind dann über ihre Ex tatsächlich hinweg. Wenn du sie dann immer noch wieder haben willst, kannst du es dann nochmal probieren. Aber meistens ist es an der Stelle für die Männer dann auch gegessen. Deswegen, wenn du deine Ex zurückbekommen willst, wär wieder der Mann, der du warst, als sie dich kennenlernte. Und dann läuft das. Wenn dir das Video gefallen hat und du willst mehr davon, oder hast Fragen an uns, bam, bam, in die Kommentare. Like das Video, damit wir wissen, oh mein Gott, ist das ein gutes Video. Und teile es, damit unsere Message durch die ganze Welt verteilt wird. Wenn du noch Fragen hast, wie bereits gesagt, in die Kommentare. Wir machen neue Videos daraus. Stell uns bitte alle deine Fragen, egal zu welchem Thema die auch immer sind. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen. Und denke mal dran, wenn du das nächste Mal eine Frau auf der Straße siehst, die dir gefällt, sprich sie an. Get your ass up. Wir sehen uns morgen.